So Leute, Freitag, Burpee-Time, wir machen mal eine Burpee-Froggers. Wir machen mal einen Burpee, ich hände in die Hocke, Hände aufsetzen, nach hinten abhocken, liegestützt, möglichst Brust drunter, wieder hoch, die Mädels gerne liegestützt. So, oder von mir aus komplett hinlegen und dann hier hochkommen, ist egal. Und dann den Froggers, das heißt, ihr springt quasi die Füße, also es springt so, dass die Füße außen neben euren Händen aus. So breit wie möglich. Und dann lüft er hoch und auch den Füßchen wieder zusammen. Hin. Okay. Und ihr guckt, dass ihr so weit die möglich rein springt, dann lernt ihr, dass ihr so eine schöne Dehnung reinkriegt. Okay, ich zeig nochmal einen. Hinten, nachhocken, liegestützt. Und hoch. Guckt doch mal, ich denke mal so fünf bis zehn Stück. Je nach Niveau. 30 bis 60 Sekunden Pause. Und ihr seid mittlerweile so fit. Eine halbe, dreiviertel Stunde könnt ihr das schon mal machen. Das ist Freitag. Oder auch 60 Minuten. Sportfrei ist gleich. Schnellen, wir sind jetzt für alle. Und ich danke. Wir brauche.